Literaturradio Höherbahn Abseits vom Mainstream Die Finessen der Schwerkraft von Nick Meinhard Er war ein sehr phlegmatischer Randalierer, schlug niemals auf Gegenstände ein, die sich wegbewegen konnten oder sich außerhalb seiner Reichweite befanden. Was würde das kosten, ein komplettes Tee-Service den Gang hinauf und eine komplette Tischtuch-Kanitur den Gang hinunter zu pfeffern, überlegte er im Speisewagen auf der Fahrt nach Oslo. Ich könnte diesmal auf die Likörgläser verzichten, denn ich wurde in meiner Ehre nur sanft gekränkt. Woher soll der Trottel von Kellner auch wissen, daß mittwochs nicht mit gelben Blumen dekoriert wird? Er zog probehalber am Tischtuch, es war mit Klettbändern fixiert. Der Platz noch frei? Eine nervöse Stimme. In wenigen Sekunden würden die Gepäckstücke aus der Hand fallen, würde der Regenschirm, die Rosenköpfen, ein verzweifeltes Seufzen zu hören sein. Er ließ das Tischtuch los, machte eine einladende Handbewegung, Ablenkung, guten Tag. Durch das offene Küchenfenster drang das staatstragende Gemurmel des Nachrichtensprechers. Sie hatte die Schuhe ausgezogen, ging zwei Schritte auf dem Sims entlang, atmete ein paar Mal tief durch, streckte die Hand aus und wartete, bis die Nadel ausgeschwungen hatte. Der Kompass war ein Mantra. Zum Abschied geborgt, beim Aufprall zerstellt, sagte sie leise vor sich hin, die Nachbarn hatten Urlaub, niemand sollte die Feuerwehr alarmieren, um Blumentöpfe bangen oder sich den Hals verrenken. Kein Schlafwandeln in der Kindheit, der Vollmond, nur ein alberner Kreis im Kalender, ihre nächsten Schritte hinterließen Abdrücke auf dem staubigen Vorsprung, das ronde Messing erwärmte sich in ihrer Hand. Verirrte Tauben wären jetzt nicht so günstig, dachte sie, und lehnte sich gegen die Hauswand. Die Glocke an der Rezeption zeigte sich unbeeindruckt vom minutenlangen Angestarrt-Werden, doch die kunstvoll geschichteten Souvenirs, mit einem überlegten Fingerschnippen zum Einsturz zu bringen, holte innert Sekundenbruchteilen den Hotelpagen aus der Nachtschichtdämmerung. Schulterzucken, verlegenes Räuspern und unverzügliches Aufblättern des Reisepasses reichten, um den Schlüssel zum reservierten Zimmer ausgehändigt zu bekommen, ohne in belanglose Konversationen verstrickt zu werden. Er sparte das Trinkgeld für mehrere Tage, hustete die Treppe hoch, fotografierte die Fluchtwegskizze und fand einen Platz für den Laptop. Von den hundertvierzig möglichen Zeichen benötigte er ein Zehntel, die Zimmernummer, das Datum der Abreise. »Du erkennst mich an der Pfauenfeder hinter dem linken Ohr«, hatte die erste Nachricht gelautet. Aus dem Nebenzimmer drang gedämpftes Weckerläuten. Er machte eine Kerbe in das Tischbein und notierte die Zeit. Der Weg war so vertraut, dass sie die Augen schloß, und an eine Marionette dachte, die ins Rampenlicht gezogen wird. Der Weg war so fremd, dass sie die Augen aufriß, als sie mit dem Fuß gegen eine Bierflasche stieß, die sich am Vortag im Kühlschrank befunden hatte, im Sechser-Tragerl, im Getränkeregal. Egal wo, nur nicht im elften Stockwerk eines, »Was auch immer«, murmelte sie, rieb sich die rechte Schläfe, dann die linke, und formulierte in Gedanken einen überaus höflichen, offenen Brief an die Hausverwaltung, doch bitte die Fassade vor Stolpersteinen aller Art zu bewahren. »Wenn Engel durch den Raum gehen, so brauchen Menschen freie Bahn an Außenflächen«, schloß sie hochachtungsvoll und spuckte den Kaugummi der Bierflasche hinterher, die ohne viel Aufhebens irgendwo in den Brennnesseln des Gartens gelandet war. Die Aufnahme seiner Daten an der Bibliotheksregistratur hatten einen Tick zu lange gedauert. Er gab sich zerstreut, stellte seinen ledergebundenen Folianten aus der Sektion Wirtschaftsgeografie im Sektor Kunstgeschichte ab. Band 2, der Enzyklopädie Britannica, fand sich neben dem Handbuch für Batik wieder und ein kleiner Opernführer war zwischen die gesammelten Schriften eines vergessenen Politikers gepfercht. Sein Name wurde unmerklich verhunzt aufgerufen. Bei der Buchausgabe lag die Anthologie »Auf Wiegler der Massen« 1848 bis 1914 bereit und »Die Autobiografie – Wieder die Norm der Konformisten«. Er schlurfte zum Lesebereich D08, räusperte sich viertelstündlich, um das Kollektiv von seiner wissenschaftlichen Hingabe zu überzeugen, vermerkte Seitenzahlen in einem entwendeten College-Blog und kopierte die Abbildung 243b in schlichtem Schwarz-Weiß, ohne allzu viele Einstellungen nachhaltig verändert oder den runden Nummernanhänger des Garderobenschlüssels in den Münzeinwurf geklemmt zu haben. Gleich nach der Ecke wurde der Sims zum Balkonrand. Sie drehte den Kompass, bis die Nadel wieder auf den blauen Buchstaben N zeigte. Vom Campingtisch war eine Plastikgabel heruntergefallen. Das heißt, unerwartete Gäste tauchen auf, dachte sie, das bin ja ich. Sie schlug die freie Hand vor den Mund, überlegte angestrengt zwanglose Begrüßungsworte, die Staubschicht auf der verglasten Balkontür und das zusammengewehte Laub rund um den Griller ließen Zweifel an einer unmittelbar bevorstehenden Kontaktaufnahme mäßig entfernter Nachbarn aufkommen. Dennoch sagte sie halblaut, »Für mich ist das ja auch total ungewohnt, aber seitdem ich nicht mehr rauche, schätze ich die frische Luft hier oben. Haben Sie vielen Dank, ich finde allein zurück. Kein Problem, schönen Tag noch.« Warum sie sich dann vorbeugte und eine Telefonnummer in Spiegelschrift auf das Fenster malte und ein Herz darunter, war ihr allerdings unerklärlich. Die Strelizien hatten ihre beste Zeit noch vor sich und auch die eine oder andere Amaryllis würde weitere Tage brauchen, um Interessenten zu überzeugen. Er legte die Schwarz-Weiß-Kopie auf den Packtisch und 100 Euro daneben. Keine drei Sekunden später stoppte eine tropfnasse Hand den Geldschein vor dem Abheben, eine zweite drehte das A4-Blatt um 180 Grad. Er kritzelte die Adresse auf den Bestellschein, steckte das Retourgeld ein, schnupperte beim Hinausgehen an Nelken, Tulpen und Astern, die Floristin heftete Abbildung 243b, unelegant an die Pinnwand, er warf eine Farbkapsel in die Gladiolenvase. An der Bushaltestelle vor der Konditorei eine kurze Unordnung, ein Rucksack streifte seinen Arm. Er dachte augenblicklich an eine anonyme Bombendrohung gegen die Linie 92, doch es war keine öffentliche Telefonzelle in unmittelbarer Reichweite, also ließ er alle Fahrgäste unbehelligt ein- und aussteigen, änderte dann beim Fahrplanaushang die Abfahrtzeiten von 00 auf 08. An der Westseite hatte der Regen das Blech der Fensterverkleidungen kaum vom Sand der Bauarbeiten befreit. Sie vermied weitgehend das Geräusch knirschende Fingerspitzen und balancierte den Kompass über die Balustrade zwischen den beiden Mansardentürmchen. Links befindet sich Rapunzels Ausgedinge und rechts verwahrlost Frau Hörholle. Oder war es umgekehrt, überlegte sie, holte einen aufklappbaren Spiegel aus der Hosentasche, morste eine unglaubwürdige Zeichenfolge in das Atelier auf der anderen Straßenseite und versteckte sich hinter einem Rauchfang, sobald Bewegung in die Teilnehmer des Kalligrafiekurses kam. Ich kann verdammt lange hier ausharren, sagte sie Richtung Dachfürst. Mein Videorekorder ist programmiert und ich habe jetzt schon alle Valentinstagseinladungen abgesagt. Der Kalender ihres Mobiltelefons wagte zu widersprechen. 15.30 Uhr, Gershwin Lobby Retro, blinkte auf dem Display. In einer Stunde sollte sie die Geschenke verpackt und die Haare unter einem Strohhut verborgen haben. Er wies den Hotelpagen mit strengen Gesten an, den Smoking so abzulegen, daß das Schutzpapier der Wäscherei nicht unnötig zerknittert wurde, deutete dann der Floristin, die Blumen kunstvoller zu arrangieren und zeigte der Reinigungskraft mit oft geübten Blicken, wie der Teppich nicht gegen den Strich gesaugt werde. Im Badezimmer zog er weiße Handschuhe an, drehte die 60 Watt Birnen rund um den Spiegel heraus und legte sie zum Auskühlen nebeneinander auf ein Handtuch, holte 100 Watt Birnen aus dem vorbereiteten Kanton und schraubte sie in umgekehrter Reihenfolge in die Halterungen. Sein Missfallen über die staubigen Streifen auf den zuvor untadeligen Handschuhen resultierte in einem kurzen Tritt gegen den linken Fuß der Badewanne, die Wasseroberfläche zitterte, er packte das Handtuch, warf es samt Glühbirnen hinein und die Handschuhe hinterher, machte aber vor der Dose mit Theaterschminke Halt, denn das Klopfen an der Zimmertür wurde lauter und bestimmter. Bis zur Geschenkübergabe blieb noch etwas Zeit. Sie zählte die Knöpfe auf der Uniform des Liftboys, gab das Stockwerk bekannt und summte die Signaltöne mit. Die Fluchttür am Ende des Gangs war ungesichert. Sie saß sich auf der Terrasse um, kletterte auf das Geländer, hielt den Kompass geradeaus, kam an mehreren Abstellkammern vorbei, wurde von den Glühbirnen eines Badezimmers geblendet und tastete sich zum nächsten Fenster vor. Auf dem Bett in der Mitte des Zimmers lag, umringt von weißen Lilien, ein Mann mit bleichem Gesicht und geschlossenen Augen. Beim Fußende war ein Stativ mit einer Plattenkamera aufgebaut. Der Fotograf hatte ihr den Rücken zugewandt, justierte den lichtdichten Balgen, beugte sich zur Mattscheibe vor und schob die Haare zurück. Sie sah die Pfauenfeder hinter dem Ohr. Ein Flügelschlag bewegte die Luft neben ihr, die Kompassnadel zitterte. Zum Abschied geborgt. Beim Aufprall zerschellt, schrie sie in sich hinein und warf das Andenken aus Messing an den Kopf des treulosen Gefährten. Sie hörten Kritik und Literatur. Die Finessen der Schwerkraft von Nick Meinhardt Sprecher Matthias Püllmann Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anke, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcast, Radio.de und viele andere mehr. Bis zum nächsten Mal.